Ramsey, ihr habt über 120 Minuten alles gegeben, am Ende ein bitteres Ende. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, ich würde mal sagen, wie erwartet. Natürlich Derby, großer Kampf. Platzbedingungen waren jetzt nicht die allerbesten. Man hat, glaube ich, gesehen, dass viele Spieler gerutscht sind. Der Ball lief nicht so gut und alles. Das kam uns natürlich nicht entgegen. Aber die Mannschaft hat alles gegeben, hat bis zum Schluss gekämpft und ich bin extrem stolz auf die Truppe. Du bist in der Halbzeit reingekommen als Rechtsverteidiger. Wie hast du deine eigene Leistung gesehen? Ich habe versucht, einfach zu bleiben. Ich war ja auch ein bisschen angeschlagen in letzter Zeit. Deswegen war es ein bisschen aus der Kalten. Aber im Großen und Ganzen bin ich ganz zufrieden. Ich hätte gerne das Ding mit einem Sieg gekrönt. Aber es ist leider nicht so passiert. Das war heute dein letztes Spiel für uns. Noch mal vor knapp 3000 mitgereisten Fans. Wie hast du die Unterstützung gesehen? Die Unterstützung war sensationell. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, hier noch mal spielen zu können. Und ja, ich war total happy, als ich dann reinkam und wusste, dass ich jetzt noch mal ein bisschen was zeigen kann für unseren Fans. Und mich bedanken kann für den ganzen Support, den ich hier erhalten habe. Und großes Dankeschön noch mal dafür. Und ciao von meiner Seite. Schönes Schlusswort. Alles Gute dir. Schlitt auf. Dankeschön.